Ja, also ich würde schon sagen, natürlich gibt es jetzt auch enttäuschte Parteimitglieder. Das muss man auch respektieren und da müssen wir auch schauen, wie man das Beste daraus macht. Aber wenn ich mir so die Presselage des Tages anschaue, da kann man ja den Eindruck haben, wir hatten irgendwie die Wahl zwischen Freiheit und Sozialismus. Also so ganz schlimm war es dann jetzt auch nicht. Aber fühlen das nicht einige der Parteimitglieder? Nein, ich finde, das ist ein Gefühl, das wir nicht aufkommen lassen sollten, weil es stimmt nicht. Wenn man die Reden inhaltlich übereinander legt, dann hat man schon gesehen, in den großen Linien waren sich die drei schon auch einig und das ist auch das Wichtige. Ich glaube, es geht doch jetzt darum, dass nicht der eine den Sieg des anderen sozusagen auskostet, sondern dass man jetzt sagt, wir sind ja gemeinsam auf Kurs und ich glaube, Annegret Kramp-Karrenbauer hat da schon sehr das Problembewusstsein auch zu sehen, dass gerade diejenigen, die große Hoffnungen Friedrich Merz hatten, gerade aus dem wirtschaftsliberalen Teil, gerade aus dem konservativen Teil der Partei, dass denen jetzt auch ein Angebot gemacht werden muss. und ich denke, das wird sie auch angehen, das ist jedenfalls meine Erwartung.